Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video! Es gibt ein Königreich im Sternenhimmel. Ich erzähle euch die Geschichte. In diesem Land herrscht gerade Unruhe und niemand weiß, wie das weitergehen soll. Der König ist besorgt um sein Geld. Der Schatzmeister hat ihm gesagt, die Königin gibt geradezu viel Geld aus für ihre Schönheit. Der König möchte ihre Wünsche erfüllen, aber das, was der Schatzmeister erzählt, hat ihn beunruhigt. Die Königin interessiert es nicht und genießt es, im Mittelpunkt zu sein. Sie braucht gerade Bewunderung. Der König schweigt nicht und wird sie einschränken. Sie fühlt sich dann etwas gekränkt. Das beunruhigt der König, weil er wollte seine Frau nicht verletzen. Er braucht ein guter Rat und geht zum Hohepriester. Der Hohepriester ist weise und sagt zu ihm, wie war das früher? Der König antwortete, damals war noch viel besser und sie könnte viel mehr einkaufen. Der Hohepriester sagte zu ihm, ja, genau das will sie auch festhalten. Und wenn du das nicht erlaubst, dann wird versuchen, dich zum Verführen, mein König. Der König fragte, was soll ich jetzt tun? Und dieser weise Mann antwortete, bewahre jetzt deine Ruhe. Lade die Königin zum Essen ein. Sorg dafür, dass alles angenehm abläuft. Und erkläre ihr, mein König, ihr braucht diese goldenen Taler, weil ihr möchtet auf die Reise gehen. Und sie soll nichts übertreiben und du auch nicht. Achtet auf euren Reichtum. Das ist mein Rat, mein guter König. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici Eure Dendera Susanna Medici